Herzlich Willkommen wieder im Solar Studio. Heute möchte ich euch etwas über Wechselrichter erzählen. Was ist ein Wechselrichter? Ein Wechselrichter tut die Gleichspannung von den Modulen, die auf dem Dach installiert sind, umwandelt in die Wechselspannung, die wir im Netz haben. Dabei achtet er darauf, dass die Netzfrequenz, die Spannungshöhe zum Netz passen. Wenn es Abweichungen im Promillebereich gibt, schaltet der Wechselrichter ab, um das Netz oder die Hausinstallation vor Schaden zu schützen. Das ist in einer DIN geregelt. In dem Beispiel haben wir mal einen kleinen 7 kW Wechselrichter. Wir sehen hier sind die Leitungen, die vom Dach kommen, angeschlossen. Auf der anderen Seite haben wir den AC-Anschluss. Dieser führt dann in die Hausinstallation, wo die Leistung, die vom Dach umgewandelt wird, eingespeist wird. Das ist ein reiner PV-Wechselrichter. Dieser managt die Module, die auf dem Dach installiert sind, bietet sich an bei kleinen Anlagen, wo ich 3, 4, 5 kW nur auf dem Dach installieren kann, weil ich nicht mehr Platz habe. Da nimmt man so ein Gerät, der ist klein, passt in jeden Hauswirtschaftsraum, lässt sich super installieren. Das ist der Smart unter den Wechselrichtern. Als nächstes haben wir einen Hybrid-Wechselrichter, auch ein dreiphasiges Gerät. Was ist das Hybride an dem Wechselrichter? Der Heimspeicher. Eine Lithium-Ionen-Batterie, hat auch Gleichstrom. Was bedeutet, dieser Hybrid-Wechselrichter managt beides. Die Module auf dem Dach, wie auch die Batterie. Der riesengroße Vorteil, er kann den Gleichstrom von den Modulen vom Dach mit einer kleinen DC-Richtung direkt in die Batterie laden. Es bedarf keiner Umrichtung noch mal zu Wechselstrom und dann noch mal zurück zu Gleichstrom, wie es bei reinen Batterie-Wechselrichtern der Fall ist. Der Wirkungsgrad ist dadurch etwas effektiver. Die Systeme sprechen schneller an. Hybrid-Wechselrichter gibt es ab der Leistungsklasse 5 kW und aufwärts. Unter 5 kW gibt es leider nur einphasige PV-Wechselrichter. Zu den einzelnen Leistungsklassen und unterschieden zu den Herstellern sind unsere PV-Berater intensivst geschult. Ihr könnt gern bei uns auf der Homepage eine Anfrage zu einer Beratung stellen oder stellt eure Frage in den Kommentaren.